Wer ist länger vor dem Spiegel? 1 Punkt. Wer ist der talentierter Uni-Hockey-Spinner? 2 Punkte. Wer trifft man öfters Perfusio an? Der Eingböck. Wir sind gut. Wer ist der grössere Frauenschwamm? Leider keine Punkte. 1 Punkt. Wer ist modebewusster? 4 Punkt. Wer hat mehr Follower auf Instagram? Das weiss ich doch nicht. Keine Punkte. Es wäre spannend zu wissen. Wer ist besser im Fussball? Ja, das ist klar. Wer ist besser? Das war schon richtig, oder? Sorry. 5 Punkte. Wer ist besser Autofahren? Richtig. Wer ist der lustiger von beiden? Wer ist besser? Wer ist besser? Wer ist besser? Er hat zu viel Follower, aber er findet es nicht gut. Ja, du machst aber zu viel. Das hätte ich schon gedacht. Ich habe schon gut. Wer geht mehr zum Coiffeur? Gute Wahl. Nächster Punkt. Wer hat ein harter Schuss? Korrekt. Gute. Gute. Tschüss.